hallo hier ist martin von mannemanke ist dass die daxanalyse für freitag den 17 6 2022 und zum donnerstag sind uns die bullen vom bord gesprungen die schon vom bord gesprungen die wurden regelrecht runtergeprügelt das war sehr beeindruckend insbesondere auch wenn wir uns den vortag angucken wie war unsere erwartungshaltung was hatten wir gesehen ist so ein bisschen sinnbildlich für eigentlich die ganze bewegung schon ja er hat analyse gesehen verstanden gelesen aber das letzte mühe für politische signale hat er dann doch wieder fallen lassen wir hatten darüber gesprochen politische verkeilung wenn die nach oben läuft löst dann soll er rein in die 5 30 dann soll er dort kurz reagieren dann ran an die 600 das hat er alles perfekt gemacht auch von wo und wie und dann haben wir gestern darüber gesprochen isks wie kann er die auflösen er müsste jetzt nur noch über die 55 600 drüber um dann letztendlich die bewegung einzuträgern rein in den gap close rein in die 12 rein in die 13.960 und gegebenenfalls auch höher und was hat er nicht getan dass es ist ihm nicht gelungen dieses letzte mühe an stärke aufzubringen und hier drüber zu kommen sondern hatten wir uns gestern angeguckt was würde denn passieren wenn er eben das nicht macht wenn er eben nicht über die 600 und nicht über die 55 drüber kommt dann würde er wahrscheinlich wieder in das gelb reingehen ja dann haben wir darüber gesprochen okay gelb wenn das schöne reaktion kommt und so weiter dann aber pustekuchen da kam nichts der ist einfach durchgefallen durchgefallen zack 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 und für die variante haben wir gesagt wäre dann so 12 960 ne halt ne wir haben gesagt 13 15 wäre das ziel bis zu 12 960 ja so haben wir es glaube ich gestern sinngemäß wiedergegeben und das hat er dann auch erreicht also in dem sinne technisch gut aber vielleicht ein bisschen anders als erwartet also andersrum naja hat einfach das bärische szenario abgespielt und deswegen setze ich mich auch jeden tag hin und bespreche mit euch das wohlige und auch das bärische szenario damit wir eben auf beiden seiten einfach vorbereitet sind auch wenn ich persönlich fast eher mehr drauf gewettet hätte dass er das oben macht wie eigentlich die anderen tage auch hat er dann wieder das negative szenario aber hat das zumindest ordentlich gemacht also dass man denke ich mit der analyse auch trotzdem was anfangen konnte weil eben auch gesagt war wenn der unter 400 darunter geht dann geht er in die 330 und wenn die nicht hin dann geht er hier runter im zweifel bis 13 15 12 9 60 so und das sollte dann zumindest doch den ein oder anderen davor bewahrt haben da zu viel dann einfach lang gegen zu puttern zumal es ja alles nur rote kerzen sind die bewegung an sich sieht jetzt erstmal wieder recht vollständig aus damit sind wir mal wieder in einer situation wo wir sagen können hey wäre doch die perfekte gelegenheit lieber dax für eine erholung ja es ist aber auch so mittlerweile so ein bisschen tagesmusik ja das kann man irgendwie so jeden tag erzählen und trotzdem findet er immer wieder einen grund nach unten durchzudrücken und deswegen ist es auch heute besonders wieder wichtig uns gut vorzubereiten auf beiden seiten weil ich glaube langsam dass auch konnte bewegung durchaus jetzt wird deshalb so brutal über kauf über verkauft der qualmt wie ein schlund hier halt das ist da muss man da muss man wirklich schon aufpassen dass das man selber also die empfehlung kann ich gleich mal mitgeben für diejenigen die jetzt hier schon viel daran profitiert haben und das sind glaube ich schon einige also wenn ich das mitgekriegt habe trotz dass ich zum beispiel die bewegung so in dem ausmaß nicht prognostiziert habe das muss man schon so sagen scheint es trotzdem viele gegeben zu haben die sich dann aber gesagt habe ich habe das aber jetzt trotzdem einfach um auf der unterseite mit und hier ganz gut dabei gewesen sind und an diejenigen wirklich auch der hinweis und die assistenz in dem sinne von meiner seite sich gut zu überlegen ob man nach so einem guten lauf nicht vielleicht auch mal pause macht wir sagen dass auch allen die hoch zu runter zu immer mal wieder so eine bewegung gut kriegen und ich habe hier das gefühl hier gibt es einige die jetzt übermütig werden und die auf besondere auf basis gute erfahrung die sie letzten tage gemacht haben jetzt glauben sie haben jetzt hier den großen korken gefunden und in der regel bei privatanlegern läuft es meistens so so lief es bei mir früher auch wenn man dann mal so eine gute woche hatte kam dann nach einer anderen der man dann wieder mehr verloren hat wie man der wo auch vorher gewonnen hat in der regel weil der markt oft was anderes macht ein anderes bewegungsbild einfach nur ein anderes bewegungsmuster das muss gar nicht bedeuten dass er jetzt nach oben durch rammelt und hier hier eine fette umkehr reing es kann auch sein dass ihr jetzt einfach eine woche seitwärts kommt und deswegen würde ich wirklich schon eher empfehlen diejenigen die jetzt hier richtig richtig gut mit dabei gewesen sind vielleicht einfach zu sagen okay ich zahle mir mal ein paar gewinne aus nehme mir mal ein bisschen was vom konto runter sicher das einfach für mich und handelt die nächsten 1 2 wochen mal gar nicht und lasst den einfach mal machen weil dann dann nimmt man sich nämlich die gefahr dass man sich diese ganzen gewinne wieder verballert und das würde ich denjenigen wirklich raten oder empfehlen die jetzt hier ziemlich gut unterwegs gewesen sind dann dass man das einfach mal mit eruiert weil ich kann mir das wirklich vorstellen wenn der wenn der anfängt hier zu kontern das kann schon ganz schön fies werden das kann schon wir haben jetzt eine verfallswoche hinter uns großer juni verfall der ist eigentlich nicht prädestiniert dafür dass das markante umkehrpunkte sind ja das ist bei einem märzverfall was ganz anderes haben auch im letzten webinar schon durchgekaut das thema märz große hexensermine am im märz die sind ganz häufig man richtig fetter markanter punkt auch im wochen im monat hat das siehst du einfach da war märzverfall da ist eine riesen ewige bewegung einfach gekippt und gedreht und dann ging es monatelang wieder in die erntrichtung das ist für den juni nicht so typisch aber dass der juni tief abrechnet ist nicht typisch das heißt ich kann nicht ein typisches juni verfalls bild jetzt hier anlegen wenn er gar nicht typisch abrechnet weil normalerweise geht es sitzen immer alle da im mai und sagen ja sell in mai und go away und blablabla und dann kommt der juni verfall und rechnet immer noch mal höher ab viel viel höher dann kommt sogar noch der juli und setzt noch mal hochs drauf bevor es dann erst im august september bröckelt wenn ich mich jetzt so mal zurück erinnere an die ganzen letzten jahre und versuchen würde zu beschreiben dann musste drüber zu legen ja und von daher würde ich schon sagen müssen vorsicht nehme ich mit also a weil die bewegung sieht schon recht vollständig aus auch so von der wellenanzahl die wir haben von der bewegungswellenanzahl und auch von der ausprägung sieht es harmonisch aus und wenn was harmonisch aussieht ist immer ein zeichen dafür dass es passt klingt jetzt blöd halt weil es sieht ja auch passend aus aber ich glaube ihr wisst was ich meine das thema ist nur sah die ganzen letzten tage auch immer schon mal richtig gut aus und dann ist auch nichts draus geworden deswegen ich denke es ist heute genauso wichtig wie wie die ganzen letzten tage dass wir hier auch wieder auf beiden seiten einfach gucken dass wir uns gut vorbereiten und die tatsache dass wir hier jetzt genau auf 13.000 stehen ist für mich schon ein kleiner indiz dafür dass es gegebenenfalls die option gibt dass das ganze show jetzt hier die wir in den letzten tagen gesehen haben und das waren nur die letzten tage wenn man sich mal sagt man war jetzt hier sieben tage irgendwie im urlaub oder zwei wochen im urlaub ist jetzt wieder gekommen und versteht die welt nicht mehr weil da war noch alles in ordnung vollkommen nachvollziehbar aber das ist relativ wenig zeit vergangen in der wir jetzt hier doch und nicht unerhebliche anzahl an punkten weggeschrubbt haben ja und wenn das jetzt nur verfallstags getrieben sei wirklich wahr und es nur darum ging dass man hier alles unter oder alles was überhalb von 13.000 auf long seite positioniert ist in den optionen rausgekickt hat wenn es nur darum ging kann es durchaus sein dass der am freitag schon anfängt wieder nach oben zu arbeiten dann würde er sich hier so bis 13 200 ziehen kann sogar sein dass die tageskerze durch stehen bleibt und das eher eine kleine katze wird und dann würde am montag sich komplett wieder hochheben und ein erstes v bauen ein erstes v bauen mit in die was gibt los hier 45 rein so würde das dann aussehen dann kommt er hier freitag ein bisschen ran und dann baller der montag hoch und wenn er das dann tut dann kann es durchaus passieren dass der rest der woche nach zieht und der dann wirklich nach einer woche eine ganze 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 latte wieder oben steht ja wenn das hier nur verfallstags getrieben ist wenn aber nicht dann müssen wir jetzt auf tagesebene gehen weil uns gehen die ziele aus und auf tagesebene haben wir hier auf der unterseite ja das phänomen dass wir sagen können wir haben hoch tief ja nicht ganz schön aber hoch und dann müsste ein tieferes tief kommen ja das heißt auf tagesebene dann könnte man schon sagen nächsten station so bei 12 8 50 12 800 dann hat man glaube ich auf zwei stunden eben die 12 6 65 und dann haben wir schon die 12 1500 und im grunde müsste er ja ein neues tieferes tief setzen es würde jetzt keinen sinn ergeben hier vorher wegzudrehen dann müsste eigentlich dann da auch sogar drunter und dafür würde sich zum beispiel so eine 12 3 40 dann anbieten ja ist an sich eine tagskerze weg wenn man so viel ja wenn er die bewegung beibehält die ja die die hat und dann sollte nicht darunter weil wenn er da noch darunter fällt und das problem ist ja die kerzen werden dann immer länger weil die volatilität immer höher wird mal angenommen der macht zum freitag jetzt hier wirklich noch auf die 12 34 3 40 drauf dann könnte der montag das an einem stück bis hier runter ja ich sehe das nicht aber so wird es machen wenn er wirklich richtig krass schwach wäre wenn er wirklich richtig krass schwach wäre würde es so machen ja und deswegen denke ich können wir am freitag schon relativ gut ableiten wie die nächsten tage dann auch werden je nachdem wie er seine bewegung angeht ich finde das sieht sehr harmonisch aus das sieht auch vollständig aus aber ich habe jeden tag irgendwo was gehabt wo ich gesagt habe das sieht schon fertig aus und das kann bleiben und jetzt immer wieder umgedreht deswegen einfach also ich bin für beide seiten offen ja ich lege mich nicht der muss für mich nicht steigen der kann auch fallen ja und ich gucke einfach wie bewegt er sich ja und gäste so wie wir gestern gesagt haben er muss halt auch über 550 und 600 für long um raus zu kommen hatte sich getan hat sich unten rausgepisst also richtig verkrümelt also auch richtig dick aufgetragen das ist ja wirklich das ist ja eine ordentliche hausnummer gewesen und so würde ich ja auch angehen wenn der jetzt zum freitag man sieht der verteidigte die 13.000 dann ist das ein indiz dafür dass es von zum verfallen um die 13.000 dann arbeitet sich hoch an die 13 200 und wenn dort nicht die welt zusammenbricht und der knallt von dort wieder auf ein neues tief runter dann würde ich davon ausgehen dass er am montag das dann wieder hoch schiebt und so würde ich dann traden sehe ich aber das nicht und der blubbert hier einfach nach unten dann ist es ein short dann ist es ein short rein in die 665 rein in die 12 500 rein in die 12 340 mir ist dann aber auch wichtig bitte dann aber auch nicht übermütig werden weil wir haben jetzt schon das eine oder meinte mal auch bei uns welche im chat gesehen die haben wirklich schönen shorts gehandelt dann sind uns übermütig geworden da muss man aufpassen das problem ist ja eben nicht dass das zwangsweise dann ein schlechter trade sein muss sondern das problem ist dass man sich selber dann so wie soll man das sagen nicht nicht in den rausch tradet aber ums übermütiger man wird umso eher verpasst man den richtigen exit auch damit aufzuhören was man tut und der markt wird nicht immer weiter fallen der markt wird auch immer eine seitwärtsphase bringen oder eine richtig fette content bewegung wo dann einfach mal 600 punkte am stück nach oben durchbläst und wenn ich dann noch mit diesem rauch im shorten unterwegs bin und ich buddel jede kleine erholung immer wieder short rein dann passiert es mir irgendwann dass ich bei 14.240 stehe und ich habe hier dann habe ich super gewinne shorts auf der shortseite realisiert super gewinne im depot gehabt aber habe sie alle wieder weg gegeben weil ich hier unten irgendwo nicht aus dem short raus gekommen bin dann nachgekauft habe nachgekauft und dann nachgekauft und dann ist das alles wieder weg und das muss vermieden werden ja das ist nichts anderes wie hoch zu hoch zu haben das gleiche für die leute erzählt haben haben auch immer dazu getrieben die leute diejenigen die gute gewinne gemacht haben auch insbesondere in der ukraine phase dass man immer wieder gesagt haben nehmt das mit nehmt raus nicht jetzt hier und so weiter und so fort damit man eben nicht runter zu dass dann auch alles wieder liegen lässt damit man das nicht alles wieder abgibt hat und das ist das einfach wichtig dass egal was der markt macht egal ob er steigt oder fällt wir letztendlich irgendwo in gewissen depot vorteil und sie arbeiten und den auch halten und das ist wichtig eine analyse kann immer mal nicht richtig sein oder trotz dass man sich vielleicht auf beiden seiten vorbereitet wenn man kann immer mal überrumpelt werden man kann immer mal was nicht auf dem radar haben aber wichtig ist dass das depot davor geschützt werden muss und es geht zum beispiel schon mal nicht wenn ich ohne stop loss handler dann passiert mir eher sowas wie dass ich irgendwo hier long drinne sitze 14.600 14.500 14.200 keine ahnung und das minus wird von tag zu tag größer meine laune wird immer schlechter ich bin angepisst regt mich nur noch drüber auf was das denn soll warum ist denn der markt zu schwach warum sind denn alle anderen so scheiße warum regen mich denn überhaupt alle anderen auf und das ist kacke das ist miss das so macht train auch keinen spaß halt deswegen wirklich versuchen verlustpositionen kurz zu halten eng abzusichern ja damit man jeden tag offen ist für alle anderen seiten ja und wenn ich so verbrannt ist wenn da irgendwo so eine position an tausende punkte minus aussitzt dann ist man zu eingenommen im kopf dann kriegt man das nicht hin da unten sauber zu traden das ist einfach so und das man merkt es auch an der reaktion von dem einen oder anderen da merkt man schon immer noch wer da doch die eine oder andere längere position noch mit drin hat und das sollte man schon vermeiden ja und mir ist jetzt nur wichtig euch darauf vorzubereiten weil ich jetzt einfach merke dass wirklich viele übermütig werden auf der unterseite ja und von daher würde ich sagen fassen wir hier auch gar nicht mehr lange rum es ist eigentlich alles gesagt ja also ich sehe ein positives positiven freitag könnte ich mir vorstellen um die 13.000 zu eiern dann hoch auf 13 200 das würde mir vollkommen reichen weil er dann am montag den rest machen würde und geht ja auch weiter unten ja dann lasst mal unten durchfallen auch wenn er hier von 200 neues tagestief oder sowas bringt dann lasst man unten durch also dann soll auch rein in 12 6 5 60 soll auch einen 12 5.000 12.500 da wir gerne alles machen guck mal also verfall steht an ich wünsche euch was und wir hören uns dann zum sonntag wieder für das video für den montag bis dahin tschüss so so Vielen Dank.